Liebe Leserinnen und Leser der Barschen Zeitung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, Sie heute zur ersten Online-Ausgabe des Markgräfler Weingenusses begrüßen zu dürfen. Im Rahmen unserer Live-Sendung aus der Villa Urbana in Heitersheim möchten wir Ihnen allerlei Interessantes über den Markgräfler Wein vermitteln. Dazu gibt es tolle Rezeptideen zum Nachkochen und Live-Musik. Wir haben 1300 Pakete verschickt und freuen uns sehr über die unglaublich positive Resonanz auf unsere Aktion in und für diese schöne Weinregion. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude mit dem feinen Tropfen. Ich freue mich auf die nächsten zweieinhalb Stunden mit Ihnen. Genießen Sie es. Zum Wohl.